Hey Leute, was geht? Wir sind wieder hier in Notrufarmburg und ihr seht schon Leute, dass, naja, ich sag mal die Grafik hat sich etwas verändert bei mir, ja, ich hab einen kleinen Filter draufgeklatscht, ähm, man kann so sagen HD Upgrade oder wie auch immer man es nennen möchte, also ich selber schon, es spiegelt so ein bisschen, die Farbe ist ein bisschen anders und ich bin mal gespannt, ne, das Licht blendet auch ein bisschen mehr, ich bin mal gespannt, äh, was abgeht, wir werden heute als Crime mal spielen, das heißt, wir werden mal schauen, wie es denn aussieht, wir werden hier eine Bombe explodieren lassen, oder irgendwie sowas, ähm, ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Dealer, ähm, wo ist denn nun ein Dealer, da ist ein Dealer, okay, was ist da ein Dealer, okay, dann gehen wir mal zu dem Dealer hin, ähm, wie es aussieht, werden wir so eine Bombe explodieren lassen oder sowas, also das werden wir auf jeden Fall mal gespannt, wer blitzt mich denn hier, welcher Frechdachs, na egal, ähm, wie gesagt, schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das findet, so mit dem, mit dem Shader oder mit dem, äh, HD Upgrade, kann man wie man es nennen möchte, ähm, so, wir kommen erstmal eine G36, ich hab's durchgekauft und verkauft, sehr gut, ähm, ja, das kaufen wir auf jeden Fall auch noch, wie ich sage, manchmal bugt das noch so ein bisschen, also jetzt selber, wenn ich das Handy anhab, dann bugt das so ein bisschen hier rum, also, ähm, ist noch nicht optimiert, aber zumindest schon mal, ich sag mal, nicht schlecht, sag mal, ich find's echt cool, muss ich sagen, mal was anderes, na man ist ja immer nur die normale Roblox Grafik gewöhnen, sag ich mal, und mit dem Shader, spielt sich das dann noch ein bisschen anders, muss ich sagen, ach, der ist das hier, der nämlich gerade geblitzt hat, aha, und du bist ja Frechdachs, ich muss sagen, Leute, wir machen keine halben Sachen, und wir sprengen einfach direkt den Bankautomaten hier, oder, beziehungsweise, den Bank, äh, Tresorraum, okay, das sieht auch nice aus, muss ich sagen, also, ich muss sagen, muss ich sagen, sie ist echt nice, was soll ich sagen, wir sprengen das hier weg, mal gucken, wie es aussieht, Leute, ja, ja, okay, nix besonderes, muss ich sagen, nix besonderes, aber trotzdem, mit dem Goldenen, das sieht auch heftig aus, weil das glänzt halt so komisch, ne, also, wie gesagt, also, so, direkt erstmal hier hin platzieren die Leiter, direkt erstmal hier, G6, oh, ich muss eben auch noch hier, oh mein Gott, Leute, Schutzausrüstung, ey, so, erstmal die Goldbarren mitnehmen, die leuchten so schön gelb, wunderschön, müssen wir mal gucken, muss ein bisschen leise sein, aber ich höre, wenn einer angelaufen kommt hier, aber ich glaube, bis jetzt ist noch keiner hier, wir können uns alles schön das ganze Gold mitnehmen hier, wie gesagt, wenn ihr mal wollt, da ich euch mal erkläre, wie das geht, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, dann mache ich vielleicht mal ein Info-Video, wie es geht, so, wie gesagt, ich kann auch hier Alt-F3 drücken, dann sehe ich halt links hier die ganzen Filter, deswegen sieht das auch halt so aus bei mir, mit den ganzen Filter, mal gucken, da kommt noch einer, wir sind auf jeden Fall still hoch hier, ich weiß, ob das ein Crime war oder ein Poizister, das ist ein Crime, ach, ach, Masern ist das, oh, lol, Masern ist das, Junge, okay, warte mal, dann ist das ja gar kein Problem, ja, gar kein Problem ist das, bin fast tot hier, oh, Gottes Willen, ey, jetzt kommen Polizisten, jetzt kommen Polizisten, jetzt gehe ich hoch, 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 guck, 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 so, Masern weiß ja, die Taktik von uns, schön gucken, wenn einer hochkommt, den machen wir fertig, ne, da kommen sie alle unten, seht ihr das, da kommen schon welche, die wollten mich aber tasern, der Brie, ey, was soll das denn, ey, einfach tasern, oh, 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 was ist hier los, Leute, was ist da los, schnell weg hier, schnell flüchten, ey, ist ja noch drin, ich weiß, ob das ein Poizist war, tut mir echt leid, wenn das kein Poizist ist, weil ich weiß es nicht, tut mir leid, aber ich kann einfach jeden weg, den ich da jetzt sehe, geht jetzt runtergelitscht, ich würde sagen, Masern, wir hauen erst mal ab hier irgendwie, ähm, hier vielleicht runter, okay, hier runter auf jeden Fall, Da runter auf jeden Fall. Jetzt müssen wir gucken, ob ich irgendwie zu meinem Auto komme. Äh, okay. Mein Auto ist direkt... Ich habe doch die Fernsteuerung. Wieso habe ich nicht hinter der Bank geparkt? Echt, Idiot. Egal. So, schnell noch eine Energy reinpfeifen hier. So, oh, oh. Nix gut. Nix gut. Hinter mir, Polizei. Nix gut, Polizei, diese. Nix gut. Bitte weiterfahren, Polizei. Ich habe nichts zu tun damit. Ich bin ganz normal hier nur am Laufen. Oh, Leute. Aber das mit dem Filter reflektiert einfach so hart. Ich habe nicht mal es gesehen. Und nein, die haben meine Streifen kaputt gemacht. Ich habe nicht mal es gesehen. Ähm, das Dingsbums hast du nicht gesehen. Warte mal, wo ist der Polizist? Da ein Polizist, ne? Den machen wir auf jeden Fall fertig hier. Dann die Polizisten, da. So, den haben wir auf jeden Fall. Den haben wir auch in Hedgehog kassiert, auf jeden Fall. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ist das ein Polizist hier, oder was? Ne, das ist kein Polizist, okay. So, ist noch irgendwo ein Polizist? Ich glaube, der ist ein Polizist, ein Undercover, ist das, oder? Ich weiß nicht genau. Ist das ein Undercover oder nicht? Ist doch ein Undercover, okay. Ich weiß halt, ich will auch nicht an meine Teamkollegen geschießen, ne? Was ist das Ding halt? So, den haben wir auf jeden Fall auch hier. So, das ADAC, okay, okay, okay. Hier ist SEK noch. Nein! Von wo wurde ich denn getasert, Alter? Nein! Oh Mann, das war so gut, ey. Ich war so im Killing Street. Ich habe, glaube ich, wie viel habe ich gekillt? Fünf oder sechs Leute, bestimmt safe, ne? Das war bestimmt fünf oder sechs safe. Also, eins, zwei, drei, vier. Die habe ich aber fertig gemacht. Ohne den Banktresorraum. Okay, das war aber nicht schlecht, muss ich sagen, oder? Leute, war das gut oder schlecht? Ich schreibe es mit den Butare. Wenn das gut war, lasst ein Like da. Und bei schlecht, dann ein Dislike einfach. So, Leute, für mich geht es jetzt leider in den Knast. Naja, bis gleich. Hä? Was ist jetzt seine Mission? Das ist nicht sein Ernst, oder? Hä? Ich wollte schon sagen, will jetzt... Was ist bei dem los hier? Wieso bringt der mich nicht in den Knast rein? Er ist richtig am Grinden, Alter. Er ist richtig am Geiern hier, ey. Er will richtig grinden hier, ey. Junge, 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 Junge. Komm, ab in den Knast mit mir. Das war's für mich. Junge, 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 Junge. Was ist jetzt hier sein Ziel, ey? Was ist dein Ziel? Schrech mal. Was ist da jetzt sein Ziel? Was ist sein Ziel hier? Ich lieb's, Leute. Ich lieb's einfach. Ich lieb's. So, was ist los hier? Oh. Nein, ey. Ich hätte nur noch wegrennen können, ey. Ich hätte nur noch wegrennen können, ey. Aber der... Na, nicht schlecht. Ja, okay, komm. Jetzt, komm. Komm. Komm, jetzt mach irgendwas. Okay, jetzt bringt der mich wieder raus. Hä? Jetzt bin ich wieder im Auto drin. Okay, jetzt, weil... Ich weiß jetzt nicht, was ist der Vorrat. Egal. Es geht ja noch ein... Okay, aber das wird mir jetzt so blöd. Das tut mir leid, echt. Jetzt hat er getasert. Ja, was ist denn jetzt los, Leute? Also, ohne Mist. Also, sowas ist halt echt unnötig, finde ich. Keine Ahnung. Also, er hätte mich halt einfach in den Knast reinstecken können. Ich weiß halt nicht, ob der mich jetzt irgendwie freilassen will oder so. Keine Ahnung. Also, ich hab halt... Keine Ahnung. Eigentlich dachte ich gerade, der bringt mich zum Auto aus. Aber irgendwie dann doch nicht. Jetzt fährt er irgendwie Richtung Krankenhaus oder so. Ja, das ist halt irgendwie... Ich weiß nicht. Unnötig, finde ich. Keine Ahnung. Also, jetzt hätte er mich direkt in den Knast reinstecken können. Jetzt fährt er hier um die Weltgeschichte. Ja, das ist halt... Keine Ahnung. Jetzt hat er wieder einen Blitzer in der Hand. Ja, das ist halt mies. Aber, keine Ahnung. Das muss echt nicht sein, oder? Ja, leider muss ich jetzt selber verlassen. Weil, das macht keinen Sinn jetzt hier. Okay, Leute. Eins muss ich sagen. Das sieht schon wieder gut aus hier im Knast. Keine Ahnung. Das gefällt mir richtig gerade. Ihr seht wahrscheinlich gerade nicht. Ne, sehen wir auch gerade nicht. Aber die Sonne, die geht wahrscheinlich gerade hoch. Oder? Was ist das Uhr haben wir? Wir haben sieben Uhr. Also, die geht gerade auf. Und das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Mit dem Shader und sowas. Mit dem Spiegelung hier in dem Boden und sowas. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Sieht echt nicht schlecht aus. So, darf ich sagen. Fahren wir langsam wieder hier zum Anhez. Ich wollte gerade nochmal anmachen, die Aufnahmen. Eigentlich normal. Ich schneide sowas mal raus. Wenn ich so irgendwie zum Anhez hier versuche. Aber guckt euch mal an, wie geil das einfach aussieht, oder? Das sieht so gut aus einfach. Keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen heller einfach das Spiel. Aber es sieht eigentlich schon so gut aus. Und einen kleinen Filter drin. So ein kleiner, ja, so ein orangener Ton oder sowas. Weiß nicht. Aber mit dem Spiegelung und sowas. Also, das sieht halt echt nice aus. So, danke dir auf jeden Fall. Sehr nett von dir. Ich werde nicht gesucht. Ich war gesucht worden. So, dann würde ich sagen. Stücke ich erstmal fest hier. So, gucken wir erstmal, wo der nächste Dealer ist. Der ist beim Werkzeugladen. Da vorne, okay. Dann holen wir uns wieder neue Waffen, würde ich sagen. Eine Bombe auf jeden Fall auch. Und dann schauen wir mal, was wir machen können damit. So, da sehe ich schon ein paar Polizisten auf jeden Fall. Leute, wäre es nicht lustig, wenn wir jetzt ein bisschen da rein crashen. Einfach mal. Guck mal da, Leute. Warte mal. Da sind ganz viele Polizisten. Einer hat eine Bombe einfach in der Hand. Habt ihr das gesehen? Nein, nein, nein. Ich bin gefangen in meinem Auto. Leute, ich kann weiterfahren. Ich konnte gerade nicht fahren, weil ich getastert wurde, Alter. Okay, das war jetzt gerade mal mehr als mehr Lack. Das war gerade mehr Lack als Verstand einfach. Oh mein Gott. Der hat mich getastert und dann bin ich im Auto reingekommen und reingeglitscht noch. Und ja, ich bin weg. Tschüss. Erste Jubiläu ausrauben hier. So, dann. Mal schön Alarm hier produzieren, damit die Polizisten gleich kommen. Mal gucken. Auf jeden Fall sind 14 Polizisten hier online. Also mehr als genug, die mich hier auf jeden Fall fertig machen können. Da wird schon geschossen. Polizei ist noch nicht hier. Okay, da ist kein Schmuck drin. Auch kein Schmuck drin. Auch kein Schmuck drin. Ich würde sagen, ich mache mal nur einen Fehlalarm. Das heißt, ich veräppel... Oh. Das war der, ne? Das war der, der mich getastert hat. Der Bray. Der wieder am Grinden wieder richtig. So, ich würde sagen, Leute. Wir tun mal ein bisschen hier eine Party auflösen. Hallo. Keine Party machen hier. Party ist zu Ende hier. Hände hoch. Polizei ist hier. Bam. So, den Polizisten nämlich getastert. Was will er hier? Lol. Ich habe das gesehen. Was ich für eine Drehung gemacht habe. Ich habe einfach, Alter... Voll den Backflip hier einfach gemacht, ey. No, schreibt er. No. Ja, das passiert dem Besten natürlich, ne? Das passiert dem Besten. Ja, wo ich festgenommen, leider. Aber egal, Leute. Wir sind gleich wieder. So, Leute. Ne, da sind wir auch schon wieder. Beim Dealer des Vertrauens. Wir kauft direkt wieder eine G36. Eine Bombe, würde ich sagen. Und so, so. Bam, bam, bum. Okay, das sieht schon wieder so gut aus. Also, ich kann zwar nicht in die Sonne gucken. Aber guckt euch mal das Licht an. Da passiert so traumhaft schön aus, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, ey. So, was machen wir denn direkt hier erst mal? Ähm, vielleicht direkt noch einen Bankraub. Ja, wir machen nochmal einen Bankraub, komm. Oder, oh, das kann man hinter mir. Ja, 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 ja. Habe ich Steuern gekauft? Ich habe keine Fernsteuern gekauft. Okay, dann pack ich einfach hier. Dann machen wir irgendwann kurz noch einen Bankraub, würde ich sagen. Schnell rein hier. Yalla. Zack, zack, zack. Und dann eine Bombe platzieren. Geht das? Ja, gut. Also, ich sage mal so. Das heißt, es nicht geklappt. Irgendwie geht das nicht. Dann würde ich sagen, machen wir halt einen Juwelierraub. Ähm, genau. Machen wir einen Juwelierraub, Leute. Containerraub fühle ich jetzt nicht so, weil das ist irgendwie unspektakulär. Da kommt meistens eh nie jemand. Schwere Sorte auf jeden Fall. Okay, warte mal da. Sollen wir zu Poizien kommen? Komm, Leute, ein bisschen Action muss auf jeden Fall sein. Wir gehen mal zu Poizien. Mal gucken, was wir da machen können. Vielleicht können wir irgendwelche eliminieren von oben hier so. Da wird schon geschossen. Warte mal, da wird geschossen. Okay, der ist weg jetzt, glaube ich, ne? Alter, was ist da bitte los? Ich check gar nicht. Wer ist gut? Wer ist böse? Wer ist irgendwas? Hier sind so viele Autos einfach. Ich hau doch erstmal über euch, glaube ich, ab. Oder ich tue mir eben ganz kurz Rüstung überziehen hier. Warte mal. Bam, bam, boom. Kann ich irgendeinen snipen vielleicht? Den da vielleicht? Ich weiß nicht. Na, diesen hat er nicht gesucht, ey. Der ist mal hier. Ja, okay. Jetzt kommen so alle hier. Ja, das ist sowas von unfair. Meistens alle. Junge, was? Was ist denn los, Alter? Junge, was ist da los? Er hat einfach gefühlt, die Stop sind unter mein Auto platziert. Und der hat wie einfach aus, weiß nicht, 30 Metern Entfernung einfach rausgeholt aus dem Auto. Ey, das ist wieder sowas von unfair. Wo bringt er mich bitte jetzt hin? Wieso bringt er mich wieder am Arsch der Welt hier? Und das ist doch wieder so lächerlich, oder? Die bringen mich doch direkt in den Knast rein. Was ist dein Ziel jetzt? Jetzt sind wir for real. Was ist dein Ziel jetzt? Junge, wir waren genau neben... Du machst doch TikTok oder nicht? TikTok? Ich mach YouTube, Junge. YouTube, Alter. TikTok, ey. YouTube mach ich hier und kein TikTok. Also ja, okay, TikTok mach ich nebenbei halt. Aber hauptsächlich mach ich halt YouTube natürlich, ist klar. So Leute, da sind wir wieder. Tatsächlich, ja, das war tatsächlich ein Ehrenmann, der Polizist, der hat mich freigelassen. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung dann. So, auf jeden Fall tun wir wieder Schutzausrüstung. Eben kurz nachladen, die ganzen Waffen hier. Ich hab auch ein neues Auto geschnappt. Vielleicht nicht in Bugatti. Vielleicht ist der Bugatti ein bisschen zu auffällig. Keine Ahnung, vielleicht, ich weiß es nicht. So, Licht an, ne? Und dann nehmen wir direkt hier noch Maser mit. Die Ding wie Bock hat sie gesagt, als privater Medic mitzukommen. Junge Dame, steigen sie ein jetzt hier. Mal gucken, ob wir jetzt einen Bankraub machen können vielleicht. Das wäre vielleicht ganz interessant. Ähm, wir sagen, fahr ich mir eben kurz zum Bank hin. Und dann schauen wir uns mal eben ganz kurz das vom Nahen an. Dieser Polizist ist hinter mir hoffentlich keiner, als der irgendwas gesehen hat. Ich hoffe nicht, ne? Nö, keiner. Kommt zumindest einer, aber ich glaub, der ist kein Polizist. Äh, weil ich glaub, dieses Auto gibt's halt für Polizist, glaub ich nicht. So, 1, 2, 3. Das macht bumm. Ne, 1, 2, 3. Es ist vorbei, sag ich immer. Und da sind wir schon wieder im Tresorraum drin. Schau mal, die Tür kaputt machen hier auf jeden Fall. Und den Leiter platzieren hier, ganz wichtig. Äh, hoffentlich klappt das. Ich glaub schon. So, der Bray kommt auf der Mitte. Ja, du hast es gar kein Problem. Kannst mit alles abstauben hier. Dann sind wir wenigstens nicht alleine. Kommt noch ein Bray, auch in Ordnung. Äh, wie gesagt, ich will die Goldbarren haben. Das Rest kann Tür haben, ne? Goldbarren ist am geilsten. Okay, die wollen auch die Goldbarren haben. Okay. Okay, mach kaputt da. Das geht nicht mehr seit dem nächsten, letzten Update. Ich glaub, der wollte einfach, äh, durch das, äh, durch das Gitter grabben. Aber was geht da mittlerweile nicht mehr? Ja, krieg ich nimm einfach das Geld mit hier. Nichts da lassen, würde ich sagen. So, was macht Masern da? Masern will irgendwie Tür versperren oder so. Keine Ahnung, was da los ist. Mal gucken, ob einer reinkommt hier. Da kommt schon der erste. Den haben wir schon, den haben wir schon mal, den ersten. Sehr gut. Gucken mal, ob noch einer reinkommt hier gleich. Ah, ich höre schon ein paar Schritte, Leute. Auf jeden Fall kommen da ein paar Leute rein. So, warten noch ein bisschen hier. Vielleicht, eventuell. Kann sein, eventuell. Vielleicht der andere. Der wartet auch noch, der andere Bray. Ah, ich glaub, da kommt doch keiner mehr, oder? Ich würd gerne aus dem Vordereingang einfach fliehen. Wenn das möglich wäre. Ich guck mal. Weil ich glaub, da kommt wirklich keiner mehr. Ne, kommt wirklich keiner. Oh Gott, die haben sich ja nicht mal reingeschafft in die Bank, ey. Da liegt schon einer draußen einfach tot, ey. So, die liegen alle hier draußen. Okay, okay, okay. Das würd ich sagen, ein guter Bankraub, darf ich sagen. Was soll das denn hier? Haut da mich einfach der Bray. Ja, okay. Ja, okay. Ah, dich verfolge ich dich. Dich verfolge ich jetzt. Du, ah, ja, okay. Dich verfolge ich jetzt, warte mal. Oh, er kommt wieder, warte mal, kommt er wieder? Ja, komm. Karre im Arsch, oder was? Na, komm her. Eins gegen eins hier, Bray. Oh, keine Energie, keine Energie. Oh, 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 Energie, 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 Energie. Oh, 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 keine Energie mehr. Nein, keine Energie mehr gehabt, ey. Aber jetzt müssen wir mal Masern dabei. Die hält mich hoffentlich hier ganz gut. Und dann bist du gleich dran. Dann bist du dran, Kollege. Dann bist du dran, ich leb schon wieder. Okay, wenn ich hier auf jeden Fall campen muss. Nicht mit mir, Kollege. Schnell wegrennen hier. Hat dich getroffen, leider. Nicht getroffen, oh Mann. Ich bin so schlecht gerade, ey. Ich bin so schlecht. Mehr Ausdauerbräuche, mehr Ausdauerleute. Aber wir haben Masern dabei. Gut, Aim-Kit. Ich bin kein Kind, ich bin 21, Kollege. Mann, Mann, Mann. Okay, das war es schon wieder, ey. Aber er ist fast tot. Wir haben ihn fast. Ich muss sagen, ja, mit Bale-Vorschläge ist natürlich easy, ne? Also ich meine, hat natürlich Leitspieler, kommt Poizist tatsächlich gerade. Poizist, einmal bitte festnehmen den Kollegen hier. Der ist böse. Junge, was ist, also jetzt ist so langsam lächerlich, Junge. Ich habe auf den geschossen einfach. Also jetzt ist langsam wirklich lächerlich. Ich habe wirklich auf den geschossen, hat man auch gesehen. Und man kriegt ihn einfach gar nicht, Alter. Das ist einfach lächerlich, Junge. Arrest. Arrest him. Nee. Guck, man kann einfach nicht erschießen. Selbst die schießen auf den einfach. Hä? Junge, der hackt doch, Junge. Guck, der wurde selbst getasert gerade. Der wurde gerade getasert einfach und man kriegt ihn einfach gar nicht so. Was ist da los bei ihm? Was ist einfach los bei ihm? Was ist los bei ihm, ey? Oh Mann, oh Mann, ey. Guck, da passiert gar nichts. Junge, der hackt doch, Alter. Der hackt einfach sowas von. Der hackt einfach sowas. Der wurde gerade getasert und man kriegt ihn nicht. Guck, die kriegen den einfach nicht. Nice hacks, Alter. Nicht schlecht, ey. Der hackt doch sowas von. Aber 100% leckt, ey. Guck, der wurde einfach nice. Dreimal getasert einfach und passiert auch gar nichts so. Jetzt schießen die auf den sogar. Guck mal, die schießen auf den. Ja, glaube ich auch mal. Guck mal. Nein, du Kind. Okay, Leute. Also, wie gesagt, der hackt wirklich. Ich habe auf den geschossen gerade. Guck mal jetzt, Leute. Guck. Man kann nichts machen. Man kann einfach nichts machen. Der hackt einfach sowas von. Jetzt will er mich einfach jetzt gerade hauen. Warte mal, ich tue nochmal ein bisschen mit mir schießen. So, guck. Da passiert nichts. Ich kann nichts auf dem machen, ey. Ei, ei, ei. Weißt du? Ich kann nichts machen, Alter. Ich kann nichts machen. Der kriegt kein Leben, kriegt der weg. Und der wird tausend mal getasert gerade von einem Polizisten. Ja, okay. Wow. Na, herzlichen Glückwunsch. Richtig krass, Alter. Richtig krass, wenn man mit Hex spielen muss. Das ist richtig krass, ey. Ich versuche nochmal, auf den zu schießen. Jetzt guckt, Leute. Wie, nicht getroffen, Alter. Oh, nicht getroffen, ey. Ja, klar. Ne? Der kleine Hacker da. Rennt da weg. Gucken, wie er da heißt. Wie heißt der denn? Pure Monkey? Wie heißt der echte Name? Pure Monkeys. So heißt der echte Name. Also, so heißt er wirklich. Hä? Der kippt ganz weit um. Dieser Pure Monkeys. Und lebt dann einfach wieder. So, was ist bei ihm falsch. Der kann sich einfach totstellen. Auch nicht schlecht. Den halt einfach gar keiner. Was schreibt der denn da? Das würde ich mir auch mal interessieren. Revive me, Idiot. Okay, also, äh. Nett ist er auf jeden Fall auch noch. Okay, Leute. Ich würde langsam sagen, wir gehen zum Juwelier einfach mal. Und versuchen, den mal auszurauben. Es kamen gerade schon zwei Polizisten entgegen. Aber ich glaube, da kommt noch ein Polizist. Hier ist auch noch ein Polizist. Okay, Leute. Du müsstest erstmal die Polizisten, ich würde sagen, eliminieren. Oder zumindest versuchen zu eliminieren. Okay, der schießt auf mich gerade. Und der will hier mich cuffrushen. Der Bré. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Okay, komm, der nächste direkt hier. Achso, lassen wir, Leute. Immer springen, Leute. Immer springen. Das ist immer ganz gut dann. So, jetzt reicht's auch langsam hier. Jetzt kommt noch mehr Leute hier. Wie kommen denn noch hier, ey? Irgendwann reicht's nochmal hier, Leute, mit euch hier, ne? Leute von heute immer. So, was ist los bei dir, Bré? Ich tue da eine Bombe reinschmatzen bei dir. Okay, er rennt einmal weg. Oder fährt besser weg. So, Leute. Das sieht schon mal ganz gut aus hier. Ich würde sagen, wir rauben noch weiter den Juwelier aus hier. Der ist schon wieder der Pure Monkeys wieder hier. Schon wieder der Pure Monkeys hier. Was ist los bei dir, Bré? Kann ich den hauen eigentlich? Ja, den kann ich hauen hier. Okay. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also, ein ganz komischer Typ auf jeden Fall. Sehr suspekt, der Bré. Muss man sagen. Dumme Kinder. Sag der Richtige, ne? Aber komm, ich sag einfach nix. Ich sag da nix dazu. Ne? Weil, wenn man irgendwann erwachsen will und so, dann... Ich glaub, wenn ich jetzt so in dem Alter, in dem, wie er so alter ist, so 15, 14, dann würde ich schreiben, so, ja, selber und so. Aber als Erwachsener, dann sagt man einfach lieber gar nix dazu, weil es ist halt unnötig, einfach zu welchen Leuten zu diskutieren hier. Bringt halt einfach nix. Klar, sag ich das, ihr Teamer? Was hat das mit Team zu tun, wenn einfach der Medik mich nicht halt? Und, hä? Ja, das verstehen manche einfach gar nix so. Verstehen die Leute einfach gar nix. Das hat einfach nix mit Teamer zu tun. Ich hab einfach nur einen privaten Sateter bei mir drin. So, okay. So, Teamer wäre halt zum Beispiel, wenn ich... Wenn jemand... Also, wenn der Polizist mit mir Team zum Beispiel, dann ist das Team, würde ich sagen. Ja, dann kann man sagen, okay. Aber ist halt auch kein Regelverstoß, ja? Muss man dazu auch sagen. Aber gut. So, der Bre hier, der will mich hier wieder festnehmen. Aber ich lasse jetzt mal in Ruhe. Ich will nicht extra mal töten, weil der arme Bre... Ich denke mal, der ist, äh, ja, noch nicht so erfahren im Spiel. Und hat auch nur eine Pistole. Ist irgendwie unfair. G36 klingt, Pistole ist jetzt nicht so fair, würde ich sagen. Deswegen lassen wir den mal in Ruhe. Ähm... Wen haben wir hier wahrscheinlich auch? Einer Neuling. Ja, den lassen wir auch noch weiterfahren, der arme Bre. Der hat noch, wie heißt das, äh, Vogelfreiheit oder so? Keiner, irgendwie so heißt es auf jeden Fall. Ja, der, der ist aber ein bisschen erfahren schon. Hallo, Junge, da ist alles ein. Da ist er. Der ist Verkehrspolizist und der ist ein bisschen erfahrener. Den können wir uns vielleicht schnappen, wenn wir Glück haben. Vielleicht. Der Funk schon, äh, Hilfe an. Auf jeden Fall sehe ich da. Er rennt weg, er rennt weg. Hä, will mich tasern, will mich tasern hier. Der Bre. Aber so nicht. So nicht. Okay, Leute, dann, wie ich sagen, help me now. Helf ihm, den Tim. Na, helft dem Tim, den armen Bre. Und, äh, geht der da rein, irgendwie eine Bombe beziehen? Geht der auch gar nicht, oder? Ich geh mal ganz kurz gucken. Was macht der Bre da drin? Doch, der hat eine Bombe platziert, Leute. Okay, Leute, dann geh ich mit. Ich komm mit, ich komm mit, ich komm mit. Ah, nee, geht nicht. Geht nicht, Leute. Ja, was habt ihr vor? Hä? Ist der da drin? Hä, wo ist der andere hin? Hier war doch noch ein anderer, oder nicht? Ah, nee, der ist hier drin, okay. Ey, wieso hauen die mich ganz, hat hier die Bre's? Ich hau gleich zurück, Kollege. Okay, jetzt kommt da noch einer. Okay, langsam wird es kritisch hier. Langsam. Langsam, aber sicher, muss ich sagen. Ey, wir tun mal den Rückzug an früher. Warte mal, vielleicht jetzt hier einfach mal so. Warte mal, junge Dame. Ich will mich überfahren, hier. Boom, macht es hier langsam. So geht das nämlich hier. Bam, bam, bim, bam, bum, ne? Jetzt ist der Bre wieder hier. Ach, so einer ist das, ja, okay. So einer hier, ey. Will einfach Stop-Tix platzieren, hier. Aber die leuchten cool rot. Ey, der will mich hier reinschieben, der Bre. Nein, dann machst du nicht, Kollege. Machst du nicht. Und der will mich ganz umfahren, hier. So, lass denn jetzt hier, junge Dame. Junge Dame. Alles gut bei Ihnen. Ich hab auch nicht kaputt jetzt hier. Bam, bam, bam. Rechts-Links-Kombo-Griss von mir hier. Rechts-Links, rechts-Links, rechts-Links. Hier, der Sapir Monkey, ne? Der ist jetzt sehr verdächtig, der Bre. Sehr, sehr verdächtig. So, jetzt ist der da wieder. Okay, help me now. Help me now. Help. Aber nicht Stop-Tix, sonst wird platzieren. Ja, okay. Der Patchen kann sich auf jeden Fall. Ist er ausgestiegen. Geht er versteckt hinter der Bushaltestelle? Oder neben der Haltestelle, besser gesagt. Schreiben die da. Ich muss Funk abhören. Help. Help sell. Help sell. Den haben wir auf jeden Fall schon mal. Und den haben wir auch schon mal. SCK. Ach, help SCK braucht er hier. Ja, ja, SCK gibt's hier nicht. Gibt's hier nicht, Leute. Und ich würde sagen, langsam, mit den Bildern, wie ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ja. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare. Denkt die Leute, der hackt oder denkt der, der hackt nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hackt der. Vielleicht aber auch nicht. Also, ich glaube, der wurde dreimal vom Taser erwischt. Ich habe den auch beermals abgeschossen. Aber irgendwie, ähm, wie gesagt, schreibt mal eure Vermutungen auf jeden Fall in die Kommentare. Schreibt auch gerne rein, wie ihr das mit dem, äh, mit dem, mit dem Dingsbums findet. Also, mit dem, äh, wie heißt das hier? Mit dem Shader, mit dem HD-Update, wie auch immer noch was nennen möchte. Und, äh, ich mache hier noch eine kleine Schlägerei. Und wir gehen auf den Polizisten hier auf jeden Fall noch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, haut rein. Wart mal doch nicht. Wart mal, wir machen noch einen kleinen Bonus. Kleiner Bonus ist noch dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. Noch einen ganz schnell weg hier. Viva Colonia. Ich will noch singen, ja. Gibt's noch Bonus. Nanananana. 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 Ich treffe wieder nicht. Und ich hätte lieber die Aufnahme beenden sollen. Nanananana. Oh, Mann, ey. Hallo, was soll das hier? Der Junge, damit nicht hinter dem Medic verstecken. Der hat nichts getan. Der ist auch kein, kein Zielschutz für euch. Oh, jetzt will ich tasern der Brie. Aber nicht mit mir. Der kippt erstmal um. Der kriegt auch eine Handy hiervon. Bam, bam, bam. Wer will noch mal? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht hier? Einer will noch hier, oder was? Hier war doch einer im Auto drin, oder nicht? Geht auch nicht drin. Doch, der war einer drin. Bam. Aha. Raus mit dir. Rauskommen. Aber ganz schnell rauskommen. Sag, rausgeprügelt. So, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, mit rein.